Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3, ich bin die Miri. Wir sind hier zurück mit Geralt auf Kaer Morhin und wie ihr seht, habe ich mich gerade nochmal umgezogen. Die andere Rüstung hat mir einfach nicht gefallen optisch. Auch wenn sie stärker ist als diese Katzenrüstung, aber die Katzenrüstung gefällt mir einfach besser. Fühle ich mich wohler mit. Ja, wir sind kurz davor, Umas Fluch zu brechen, so hoffen wir zumindest. Nachdem ja Wesemirs Methode nicht funktioniert hat, müssen wir jetzt Yennefers etwas riskantere Methode verwenden, die die Kräuterprobe der Hexer mit einbezieht. Und das ist nicht ganz ohne, weil das auch bedeuten kann, dass Umas stirbt. Es ist nicht ganz ungefährlich, wie war das, glaube ich, nur zwei von zehn der Hexerlehrlinge überleben, die Kräuterprobe. Ist also gar nicht so ohne, weil es ziemlich giftig ist. Wir haben die Tränke dazu gebraut und damit kann es auch losgehen. Ich bin sehr gespannt, wer oder was sich in Uma verbirgt. Irgendeine andere Person. Offenbar. Naja, mal sehen. Guten Tag, Yennefers. Elixiere fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklauextrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel, mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Oh Gott. Setze die Ampullen in die Spender ein. Okay. Das ist die erste Kräuterprobe seit Jahrzehnten übrigens. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Oh Gott, es geht los, Leute. Welchen nehmen wir zuerst? Ähm, Muttertränen, Queckensaft? Ach, ist eigentlich egal. Oh Gott, ich kann das kaum mit anschauen, Leute. Ach, diese Quälerei, das tut mir so leid. Das tut mir so leid, Uma. Hat die Bärenklaue gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein. Aber es liegt alles im Rahmen. Okay. Jetzt das nächste Elixier. Okay, dann machen wir mit dem Queckensaft weiter. Oh Gott, selbst Wesemir hat Probleme, mir das anzuschauen, ne? Ich hatte gehofft. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Gute Frage, Lambert. Geralt, das nächste Elixier. Wir können das Ganze jetzt auch abbrechen? Ich glaube, das machen wir nicht. Auch wenn es mir furchtbar leid tut. Aristidensaft. I'm sorry, Uma. Damis Ding. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Okay, kotzen offenbar. Jennifer einmal vollgekotzt. Oh mein Gott. Sind sie alle am Putzen? Kann ich nicht glauben, was wir hier machen. Kann ich nicht glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen. Nein. Die Probe. Wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Ja. Aber Uma ist jetzt auch nicht sehr viel besser, würde ich sagen. Ich sag mal, Yen weiß, was sie tut. Ich vertraue Yen. Sie weiß, was sie tut. Das bezweifle ich nicht. Aber wissen wir auch, was sie tut. Hat sie dir die Erfolgsaussichten gesagt? Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Eskel ist eigentlich ein guter, muss ich sagen. Na? Oh Gott. Eskel schläft schon fast. Ist das normal? Ja. Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen. Sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Mhm. So funktioniert das also. Boah. Hey, Yen. Du döst ein. Nein. Ich ruhe nur meine Augen aus. Ja. Das nennt man schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Kneifen soll ziemlich effektiv sein. Nö. Später vielleicht. Rede lieber mit mir. Erzähl mir eine Geschichte. Hm. Wovon erzählen wir? Ich glaube, wir erzählen mal von Ciri eher als von Rittersporn, oder? Kennst du die Geschichte, als ich mit Ciri beim Eislaufen war? Nein. Nicht, dass ich mich erinnere. In dem Winter, als sie hier trainiert hat. Nach einigen Monaten beschwerte sie sich, dass ich ein strenger Lehrer sei. Hab das erst nicht ernst genommen. Dann bat sie mich, mit ihr Eislaufen zu gehen. Ich wollte nicht, denn ich war noch nie Eislaufen. Aber sie ließ nicht locker. Sobald wir auf dem Eis waren, fuhr sie im Kreis um mich herum und rief. Nicht so. Fußarbeit. Erst der eine, dann der andere. Kreuzen. Nein. Falsch. Bremst mit der Ferse. Nicht mit den Zehen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich von da an... Nö. Sie ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Philakterium vor. Okay. Es geht rund, Leute. Oh, jetzt ist es richtig spannend. Boah. Das sieht echt schmerzhaft aus. Oh, das scheint nicht geklappt zu haben. Oh, es geht ruhig wieder rum. Okay. Das war's? Oha. Das sieht nicht nach einer Frau aus. Das ist nicht Ciri. Avalach. Du kennst ihn? Ja. Ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Was ist mit der wilden Jagd? Was wollen die von ihr? Die wilde Jagd. Die wilde Jagd. Was will sie von Ciri? Ihr Blut. Das ältere Blut. Um das Tor zu öffnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja. Das dürfen wir mit Sicherheit nicht zulassen. Ja, das ist alles so ein bisschen was, was auch in den Büchern schon Thema war. Also Avalach kennt man auch daher schon. Und ja, die wilde Jagd war auch da schon hinter Ciri her. Okay. Und wo ist denn die Nebelinsel? Die Nebelinsel. Wo liegt sie? Überall. Und nirgends. Hör zu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Ravain. Ravain. Was passiert jetzt? In Skellige. Folge ihm. In den Nebel. Beeile dich. Schnell. Ich wollte sie beschützen. Aber der Fluch. Die wilde Jagd hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort. Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Wieder sich erholen. Wollen wir das erst schaffen? Ich weiß es nicht. Nicht alles lief wie geplant. Ich habe den Fluch gebrochen, aber... Die Probe hat in seinem Körper gewütet. Wildzuckende Fingerpupillen, die nicht auf Licht reagieren. Schon oft gesehen. Zu oft. Die Gifte haben sein Nervensystem dauerhaft beschädigt. Selbst wenn er überlebt. Versteht ihr? Okay. Das heißt, wir haben jetzt zwar den Fluch gebrochen, aber ihn trotzdem irgendwie rumgebracht. Und schön. Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Nawalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Jennifer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Tja, was schlagen wir denn jetzt vor? Wir werden sie erwarten. Ja, was schlägt er vor? Was schlägst du vor? Ciri kann nicht für immer fliehen. Eines Tages wird sie stolpern und sie wird keine zweite Chance bekommen. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Können wir gegen sie kämpfen? Wir fünf? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl? Außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Ja. Na gut. Ich werde Verbündete sammeln. Was hast du vor? Fragen wir erstmal nach Verbündeten, ne? Gut. Ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Mhm. Keine anderen. Okay, was hat sie vor? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Na gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und größe Cirilla lieb von uns. Ja. Alle genervt. Komm bald wieder zurück, Geralt. Na sicher. Okay. Okay, Leute. Das war's. Wir haben Uma befreit. Avalach ein bisschen weggetreten. Kann man mit ihm reden? Offenbar nicht so richtig. Ja, den Charaktereintrag würde ich jetzt eigentlich gerne mal lesen. Charaktere Avalach. Das Wesen, welches in Umas gemateter Hülle gefangen gehalten wurde, war ein mächtiger Wissender der NL namens Avalach. Geralt hatte schon vor Jahren die Freude gehabt, ihn kennenzulernen. Und schon damals hatte Avalach intensives, fast schon verstörendes Interesse am älteren Blut und an dessen Trägerin Ciri gezeigt. Seine Motive waren unklar und er hatte sich auch nicht sonderlich angestrengt, sie Geralt zu erklären. Geralt hatte bis jetzt keine Ahnung, was Ciri und den Elfen verbannt. Avalach hatte Ciri zweifellos geholfen und sie mehrfach vor der wilden Jagd gerettet. Aber warum? Leider waren auch jetzt wieder keine Antworten auf die Fragen zu erwarten, die Geralt unter den Nägeln brannten, da der Wissende dem Tode nahe war. Trotzdem brachte er die Kraft auf, eine wesentliche Information weiterzugeben. Ciri's Aufenthaltsort. Genau. Den haben wir jetzt rausgefunden. Welche Freunde wollen wir denn jetzt um Unterstützung bitten? Also ich erinnere mich, dass wir eigentlich auch ein paar Leute hierher geschickt hatten. Ah, Waffenbrüder in Nilfgaard. Emhierfa Emreis. Wir können Dijkstra, Roj und Zoltan anfragen. Gut, mit Triss können wir nicht weitersprechen, denke ich. Auf Skellige können wir mit Moisak, Krach und Ceres sprechen. Ja. Okay. Da gibt es ja doch einiges zu tun. Das bedeutet, dass wir in alle Regionen auch nochmal hinkommen. Außerdem haben wir ein paar Punkte zu verteilen. Das werde ich dann mal gleich machen. Hier die Blendenladung würde ich gerne noch weiterentwickeln. Wir haben hier auch wieder einen Mutagenplatz. Mal gucken, was habe ich denn hier zur Auswahl. Zeichenintensität. Ja, das müsste ich dann erstmal nochmal herstellen. Achimistische Substanzen. Blaues Mutagen. Eins, zwei, drei. Ein großes Blaues Mutagen. So. Und dann hätten wir hier noch mehr Zeichenintensität, die wir jetzt eigentlich nicht brauchen. Also, wir sind dann jetzt bei plus 70 Prozent Zeichenintensität. Das ist schon ganz schön heftig. Stufe 30. Also auf der nächsten Stufe wird dann noch der letzte Platz freigeschaltet. Naja, okay. Ja, mit wem fangen wir an? Hm. Skellige Novigrad Nilfgaard. Wie sie mal. Mich befällt oft, dass Wählen nicht dabei ist. Das kann aber sein, dass das quasi schon abgeschlossen ist. Weil wir hatten ja mit Keira und Leto gesprochen, dass die uns helfen sollen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier zufällig sehe. Hier, Waffenbrüder wählen. Keira Metz. Ja. Die ist mit dabei. Das ist gut. Also die kommen auf jeden Fall. Ja. Und dann würde ich sagen, in dem Fall, ich werde mal diesmal in Wysima anfangen. Erstmal den Kaiserbericht erstatten, so wie es ihm gefällt. Ihm erzählen. Es geht ja immerhin um seine Tochter. Und dann machen wir entweder in Novigrad oder in Skellige weiter. Mal sehen. Was sich dann da so anbietet. Erstmal wieder raus hier. Gut. Los geht's. Wir müssen erstmal zum Schnellreisepunkt. Von hier aus kommen wir ja sonst nicht weg. Warum haben wir eigentlich... Wir haben unsere Waffen nicht auf dem Rücken, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Ja. Wir werden mal das Katzensilberschwert und Tiger ausrüsten. Und meine Armbrust ist auch nicht ausgerüstet. Und meine Pfeile auch nicht. Fällt mir auf. Außerdem sind meine Fackeln nicht mehr ausgerüstet. Sonst passt es einigermaßen. So, los geht's. Durch die ganze Festung. Mal ein bisschen abkürzen. Gehen wir jetzt diese Festung groß. Bin ja mal gespannt, was das für ein Kampf wird irgendwann. Mit Ciri. Und der wilden Jagd. Hier geht's raus. Genau. Okay. Schnellreisen. Nach. Üzima. Genau. Da gibt's nur einen Schönenreisepunkt. Der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Hm. Genau. So ist es. Wir sind natürlich überladen. Okay. Na, Borvan, wie geht's? Wir würden gerne mal mit dem Kaiser sprechen. Guten Tag. Mal gucken, was Elkaiser zu sagen hat. Wo steckt er? Hier. Keine Audienz, ich komm einfach so, ne? Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe rausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kermorhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Gegen die wilde Jagd bezweifle ich das ein bisschen. Ich würde mich lieber selbst darum kümmern. Das bezweifle ich nicht gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kermorhen liegt in der Wildnis. Und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. Hm. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhis das Kommando führt. Wohl kaum. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Bring mir Ciri. Das werde ich. Wenn sie es möchte. Ja, das lief wohl nicht so gut. Irgendwie konnten die beiden sich nicht wirklich einig werden. Hm. Ich hätte ja gedacht, wenn das seine Tochter ist, dass er dann vielleicht ein bisschen mehr nachgibt. Aber ist wohl nicht so. Hm. Ich würde als nächstes, glaube ich, in Novigrad weitermachen. Schon allein aus dem Grund, weil die Nebelinsel-Quest uns ja dann sowieso noch Skelly gebringt. Und deshalb gehen wir mal nach Novigrad. Ich gucke mal natürlich nebenher, was wir sonst noch so zu tun haben. Wir haben hier zum Beispiel noch dieses Gwinter-Turnier in der Passiflora. Ja. Dann hätten wir auch noch ein paar Hexer-Aufträge, die jetzt allerdings auch nicht so richtig in der Nähe sind. Schatz suchen. Haben wir in Novigrad auch keine mehr. Es ist nur noch in Wehlen was. Ja, aber vielleicht könnten wir ja noch unsere Rüstung verbessern, wenn wir in Novigrad sind. Das würde ich auch noch gerne machen. Ähm, dass wir uns richtig rüsten. Für den Kampf gegen die wilde Jagd in der bestmöglichsten Rüstung, die wir finden können, sozusagen. Gut. Einmal hier raus. Kann ich hier auch... Ach nee, ich kann hier nicht rennen, weil ich überladen bin, genau. Das war ein bisschen übertrieben, das Schrei, oder? Dafür, dass ich jetzt einfach nur an der vorbeigelaufen bin und sie mich reinrennen wollte. So, schnell reisen. Nach... Novigrad. Wo legen wir denn los? Hm... Mit... Achso, wir sollen mit Roche... Roche befindet sich aber in Ochsenfurt. Hier in der Nähe. Wäre auch eine Idee, dass wir mit ihm anfangen, weil ich hier in der Nähe... Dann müsste ich auch noch mal irgendwelche Quests haben. Entweder das, oder ich fange in Novigrad an und... gehe dann auf dem Weg hier runter. Wäre auch noch eine Idee. Naja, ich fange mal in Novigrad an. Ich würde gerne erstmal meine Rüstung verbessern. Ähm... Legen wir hier bei der St. Gregors Brücke los. Gut. Hier sind wir. Jetzt kann ich dir nicht sagen, ob du die Wäsche aufgehängt hast. Also, ich bin gerade erst angekommen. Ähm... Was ist denn hier eigentlich für ein Auflauf? Okay. Hier laufen echt viele Leute rum. Wo muss ich denn jetzt lang? Um zu Diekstra zu kommen... Muss ich denn nicht von dieser Brücke hier runter? Wie war denn das nochmal? Ja, ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen runter hier. Ja. So ist es. Noch ein Mutant. Die Passiflora müsste ja eigentlich auch hier in der Nähe sein, oder? Die war doch hier oben. Das ist die Passiflora. Hm. Na gut. Wie war das jetzt hier lang? Ja, genau. Hier. Hier war das. Da ist Diekstra. Was ist, grauer Junge? Suchst du nach einem Abenteuer? Guten Tag, Diekstra. Lange nicht gesehen. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Äh... Ich sehe, dass du dich immer noch in Politik einmischst. Hm. Es überrascht mich, dass du immer noch in der Politik herumrührst. Ist doch ganz einfach, Geralt. Redaniens Schicksal kann mir nicht gleichgültig sein. nenn es patriotische Sorge. Ach, aus Sorge willst du Raduwit kalt machen? Ich denke oft an das Land und seine Zukunft. Und mir wird immer klarer, dass Redanien keine Zukunft hat, solange Raduwit auf dem Thron sitzt. Hm. Okay, das ist seine Begründung. Gut. Die wilde Jagd. Ich brauche Hilfe im Kampf gegen sie. Mal sehen, was er dazu sagt. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kermorhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Gerald. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Hm. Ich schulde dir also einen Dreck. Das war jetzt auch nicht so erfolgreich. Das heißt, wenn wir sein Geld gefunden hätten, dann würde er uns vielleicht sogar helfen. Na gut, dann müssen wir wohl ohne ihn klarkommen. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge damit fortfahren, neue Verbündete zu suchen. Bis dann, macht's gut, eure Niri.